2000 Folgen Köln 50667, Time to Celebrate Köln 50667 feiert am 24. November Jubiläum im TV- Genau die richtige Zeit euch die angesagtesten Drehorte aus der Soap in Köln zu zeigen. Seit 2013 haben die Fans in 2000 Folgen das Leben ihrer Stars verfolgt und zahlreiche emotionale Momente erlebt. Der Lebensmittelpunkt, die Rheinmetropole Köln. Wir zeigen euch die coolsten Drehorte der WGs. Kevins WG in der Bonner Straße ist mit einem großen Balkon perfekt geeignet für Partyabende. Seine Mitbewohner sind Stella, Diego und Patrick. Vorher hat er mit Chantal und Nick in der Luxemburger Straße gelebt. Das glückliche Köln 50667, Pächen, Jule und Marc lebt mit ihren Freunden Sophia, Jan, Jule und Vince in einer stilvoll eingerichteten WG in Mühlheim. Wenn es um die beste Ausstattung in einer WG geht, hat die alte Fabrik an Rodenkirchen definitiv die Nase vorn. In der stylischen Wohnung seines Onkels mit eigener Bar und eigenem Whirlpool lebt Toni mit Lea, Leonie, Olli und Bo. Ihr wollt noch mehr von Köln 50667 sehen? Dann schaltet ein zur Jubiläumsfolge am 24. November um 18.05 Uhr bei RTL 2. Zusätzliche Infos zum Jubiläum findet ihr hier.